... für Makroökonomie und Konjunkturforschung im Öffentlichen Konferenz um 18.30 Uhr. Wir verurteilen den russischen Raketenangriff auf Kiew, während UN-Generalsekretär Jutera Stott gestern zeitgleich zu Gesprächen war, auf das Schärfste. Das Vorgehen der russischen Seite ist menschenverachtend. Das ist offenbart vor den Augen der Weltgemeinschaft, zudem erneut, dass Putin und sein Regime keinerlei Respekt vor dem internationalen Recht haben.